Hallihallo und herzlich willkommen hier im Autoladen Dresden. Mein Name ist Tobi und ich stelle euch heute diesen Jeep Wrangler Rubicon in der Black Monster Edition vor. Das Fahrzeug kommt aus dem Jahr 2021, 55.000 Kilometer stehen hier ungefähr auf der Uhr und das Fahrzeug kommt in der Farbe Black Clear Code Metallic. Vordergründig geht es im Video natürlich wie immer um den Zustand des Fahrzeugs, weniger um die Ausstattung. Wir gehen eine Runde drum herum um das Fahrzeug, schauen uns alles gemeinsam an und können vorne anfangen beim LED Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht. Wir haben additives Kurvenabbiegelicht sowie Nebelleuchten. Wir haben PTCs an der Front. Wir haben diese schöne Bavarion Felge in der Größe 17 Zoll. Also wir haben hier eine Bavarion Felge in der Größe 17 Zoll, Leichtmetall und Altarant Bereifung. Wir haben ein Offroad Paket am Fahrzeug verbaut. Sportabgasanlage. Innen drin haben wir belederte Türelemente mit roten Ziernähten sowie an den Sitzen. Überall die roten Ziernähte finde ich sehr schön. Zietzisch aufs gesamte Fahrzeug. Haben wir auch auf dem Multifunktions Sportlenkrad haben wir die ebenfalls die roten Ziernähte. Wir haben Analog Taro mit digitalem Bordcomputer. Wir haben ein großes Infotainment und Multimedia System mit Navi in Kartendarstellung. USB-Anschlüsse. Zuschaltbarer Allrad. Vollwertige Ledersätze Rubicon. Taka Rufdach. Soundsystem am Fahrzeug. Ein sehr gepflegter Fahrzeuginnenraum. Auch die Rücksitzbank hinten noch sehr gepflegt und ordentlich. Leichte Gebrauchsspuren hat das Fahrzeug. Aber die überwiegen hier nicht. Wir haben die Duplex Sportabgasanlage. Abnehmbare Anhängerkupplung. Wir haben eine Front- und Rückfahrkamera. Alles verbaut. Leicht getönte Scheiben im Heck. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was der Kollege hier noch so alles kann, dann kommt ihr einfach vorbei. Oder klickt auf den Link unterhalb von dem Video. Und wenn ihr vorbeikommen wollt, könnt ihr das machen. Immer von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr oder Samstags von 10 bis 18 Uhr. Hier gilt wie immer, macht euch einen Termin, damit der Verkäufer dann an eurer Seite steht, euch alle Fragen beantwortet, mit jedem Tat und Rat euch unterstützt. Und natürlich könnt ihr bei uns auch wieder finanzieren mit 0% Anzahlung. Wir kaufen auch deinen Gebrauchten. Und optional gibt es auch hier wieder die Gebrauchtwagen-Garantie bis maximal drei Jahre. Sprecht uns gerne darauf an oder wir sprechen euch darauf an. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns bald hier im Autoladen Dresden auf der Hauptstraße 96. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.